Was ist eigentlich ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist erstmal, technisch gesprochen, eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines informatischen Problems. Hört sich kompliziert an, ist es tatsächlich aber gar nicht. Zumindest dann nicht, wenn man sich einen Algorithmus anschaut, der nicht so komplex ist, der einfach ist und der aus nicht ganz so vielen Einzelschritten besteht. Denn tatsächlich ist es so, dass die meisten Algorithmen aus sehr vielen, aus zahlreichen Einzelschritten bestehen. Und diese jetzt hier zu erklären, wäre wahrscheinlich zu kompliziert. Deswegen habe ich Ihnen einen sehr einfachen Algorithmus mitgebracht. Und dieser Algorithmus löst das Problem, wie koche ich Spaghetti. Also das ist das Problem, das es zu lösen gilt und beginnt gleich mit einer ersten Handlungsvorschrift. Fülle Wasser in einen Topf. Die nächste Handlungsvorschrift wäre dann, erhitze das Wasser auf einem Herd. Und hier kommen wir schon zum ersten Entscheidungsfeld, kocht das Wasser, ist die Frage. Also wenn das Wasser nicht kocht, dann wird dieser Handlungsschritt nochmal wiederholt. Also das ist der Handlungsschritt, erhitze das Wasser auf einem Herd, man erhitzt dann entsprechend weiter. Und sollte es dann immer noch nicht kochen, dann eben nochmal wiederholen. Wenn es dann kocht, dann gibt es hier das Handlungsfeld, gib Spaghetti hinzu. Und das nächste Handlungsfeld wäre dann nach dem Spaghetti hinzugeben, koche die Spaghetti für so und so viele Minuten, je nachdem welche Spaghetti es sind. Sieben Minuten nehmen wir mal an. Und der nächste Handlungsschritt wäre dann, gieße die Spaghetti ab und die Lösung dann serviere die Spaghetti. So einfach kann ein Algorithmus aussehen. Und ich sagte ja bereits, dass die meisten Algorithmen etwas komplexer sind. Und das könnte man zum Beispiel mit diesem Algorithmus hier auch machen. Ich könnte jetzt beispielsweise hier an dieser Stelle koche die Spaghetti für so und so viele Minuten. Manchmal passt das ja nicht so ganz. Man möchte aber, dass die Spaghetti al dente auf jeden Fall sind. Dann füge ich hier entsprechend hier einen al dente Algorithmus ein, bei dem ich dann entsprechend zwischendrin probiere, ob die Spaghetti schon al dente sind. Und wenn sie es sind, dann werden die Spaghetti abgegossen. Und wenn nicht, dann wird vielleicht nochmal eine Minute addiert. So einfach kann ein Algorithmus sein und so schnell kann man einen Algorithmus erklären.